Mein Name ist Timo Spiersch, ich melde mich hier wieder aus dem Tierheim in Schessinghausen und wir haben wieder zwei Kaninchen für euch. Das hier sind Felinchen und Bagira, die beiden sind schon etwas älter, sind etwa acht Jahre alt laut Vorbesitzer, haben also für Kaninchen schon ein stattliches Alter. Die beiden suchen ein schönes Zuhause für das Alter, wo sie ein bisschen Auslauf haben und wo sie nicht mehr getrennt werden. Die beiden sind geimpft und Bagira ist auch gastriert, Nachwuchs gibt es also nicht mehr. Wer Interesse hat, die beiden bei sich aufzunehmen, der kann sich hier im Tierheim in Schessinghausen melden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017